Ach, hier haben wir Strings. Eins, zwei, drei, vier. Ich hab dir noch ein bisschen Strings da gelassen. Warte, das ist aber sehr nett. Ja, sucht nicht. Ah, das wird jetzt wieder sehr Crafting-intensiv. Ach, ich brauch ja zwei Sieb von den Dingern pro Sieb. Brauchst du noch Strings? Ja. Das war jetzt aber knapp. Ich brauch 36. Tja, ich hab 31. Dann tu ich ja in die untere Kiste wieder. Mehr hab ich jetzt. Also sei denn, irgendwo in der Kiste ist was drinne. Noch. Ja, wenn du da was siehst, dann nimm mal her. Aber ich seh hier so nichts. Scheint nicht der Fall zu sein. Ich guck mal. Ja, guck du mal. Äh, ja, du kannst ja auch einen Bone Group machen. Oder mach zwei, weil der ist fast kaputt. Äh, da ist doch noch irgendwo einer in der Kiste. Den hab ich grade genommen. Und der ist fast kaputt. Ach. Und der aus Knochen bringt mehr als der andere, oder was? Ja. Der geht schneller, soweit ich weiß. Mit dem anderen Ding kostet irgendwie lang. Oh, du könntest auch einen aus Stick machen. Dann können wir nochmal ausprobieren. Aber ich meine, der aus Knochen geht schneller. Ach, äh. Warte. Hier. Hast du mir jetzt noch einen anderen gegeben? Ach, da hinten liegt er. Da kommt mir echt ne Menge Würmer raus. Hm. Hä? Den Krug jetzt weggeworfen? Ist er jetzt den kaputten Krug weggeworfen? Oder was hab ich gegessen? Ach. So, ich hab genug Strings. Erst noch mal einen anderen Krug. Yay. Ja, ich mach das natürlich jetzt hier alles weg. Jaja. Dann kann hier gleich wieder was neues wachsen. Oh, tut er schon. Ja. Dann brauche ich... Eisen, Eisen-Ingots und Glowstone. Glowstone 4. Das ist Tin. Wo haben wir denn jetzt den Eisen? Was ist Eisen? Wie auch immer. Ja, irgendwo in den Kisten. Ja, das... Das wird noch alles besser. Ja. Es wird noch. Irgendwann. He. So zum Ende hin. Okay. Vier automatische Siebe und dabei ganz vergessen, dass wir ja oben noch eins haben. Ja. Geil. Also haben wir jetzt, äh... Fünf. Ähm... Ja. Wie machen wir das jetzt? Ja, so bestimmt nicht. Okay. Ja, man kann ja die Siebe noch aufwerten und so'n Zeug. Gibt's da auch Upgrades für, oder? Ja, ja. Das meine ich, ja. Es gibt's Upgrades. Äh, für Fortune und für die Speed-Gedöns. Also mit's schneller läuft. Ja. Also mit's schneller läuft und dann mit einem das geilere Zeug rausbekommt. Oder häufiger was rausbekommt. Äh, dann wären... Die hier für Gravel von Gravel aus müsste es in einen... Crafter und in ein... In den Rest, genau. Das hier der Tier 2 Crafter, den nehmen wir mit. Also kommt es hier hin. Achja, die können ja alle... ...löscht werden. Wie löscht man die? Ah. Okay. Ist natürlich auch jetzt gerade wieder sehr spannend, äh, wenn ich hier alles abfarme. Aber, ne, gut. Ja. Ist man ja nicht anders gewohnt. Warte mal. Ein Tier... Das reicht überhaupt nicht aus. Ein Tier 2 Crafter. Ich brauch'n Tier 3 Crafter. Mach keinen Scheiß. Ja, doch, doch. Den macht man genauso wie den Tier 2 Crafter, nur anders. Ah. Okay. Dann hätten wir das. Und hier haben wir die beiden Redstone. Okay, hoffentlich reicht das jetzt wirklich. Wahrscheinlich nicht. Ach, ich Idiot. Was hast du gemacht? Ich guck' grad, ob es irgendwie ne eitemplare Methode gibt. Äh, ist das drauf? Ah, gut. Ich hab' ein bisschen Wolle. Ein bisschen Wolle? Ja, ein bisschen Wolle. Ein und ein Viertel Stack. So. Ungefähr. Naja, immerhin. Cool. Der Crafter hat das Inventar behalten, als ich ihn neu gecraftet hab. Also umgecraftet hab. Okay. Das ist nice. Ja, das sieht man nicht allzu häufig. Hoppala. Nicht jetzt der Eisen wegleißen. Compressed Steel? Brauchte ich Compressed Steel? Ich glaube, ja. Ja, vielleicht... Hast du Gäste eingeladen? Was? Du hast Gäste eingeladen. Hinter dem Periodensystem. Oh, verdammt. Wie kommt die denn hier rein? Keine Ahnung. Du hast sie eingeladen. Das hätte eigentlich alles hell genug sein sollen. Hätte. Na gut, die kann ja nur da gespawnt sein. Hier oben ist alles hell genug. Hm. Ne, so wird das nichts. Oh. Ist das nicht einfach hier irgendwie... Ne. Das war jetzt irgendwie... doof. Was denn diesmal? Ich würde eine Fackele an Sparrel machen. Und? Ja, ich habe die Facke an Sparrel geworfen. Ach so. Ja, da musste... Ne, geht das überhaupt? Ich weiß es nicht. Eigentlich doch einfach nur mit Shift. Äh, möglich, dass das geht, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Na gut. Ich brauche auf jeden Fall so ein paar mehr Craft, da habe ich mir überlegt, um alle drei Stufen durchzugehen. Wie viele Metalle haben wir denn überhaupt? Ja, wie viele... Aluminium. Ich gucke mal nach Dust. Ah, Dite Ore und Cobalt Dust. Ach so, das ist hier nur so. Okay. Also, wir haben... ...Eisen, Gold, Pupfer, Tin, Silber, Blei, Aluminium. Sind sieben Stück. Der... Äh, Tier-3-Crafter kann 8. Also brauche ich 3 von denen. So. Jo. Ja, warum nicht? Aber... Als Hammer war dann wahrscheinlich wieder nur... Nein. Okay, das wird ein ziemlicher Kabel, äh... Ja. Ich hoffe, das klappt alles. Ja, doch... Also, irgendwie schon. Vor allem muss ich jetzt noch so einen Automatik-Hammer basteln. Aber ich glaube, ich mache erstmal die Crafter.